Also, wir machen die Questreihe als weise weiter, aber halt in diesen Klamotten. Ich denke mal, das ist gut. Vertrauen ist der größte Reichtum. Und von solchen Questreihen haben wir noch eine Menge, ne? Also, meinetwegen können wir los. Münzbeutel, Schwert, Murasaki. Jawohl, alles dabei. Ich bin kein Gegenstand. Du begleitest mich doch, oder? Bitte lass mich jetzt nicht allein. Nur noch ein weiterer Auftrag. Dann habe ich das Geld für die nächste Fähre. Ein bisschen probieren zusammen. Und ein bisschen probieren zusammen. Diesmal ist es wirklich das Letzte. Kankana hat bestimmt schon wieder Arbeit für uns. Schnell, bevor sie uns jemand vor der Nase wegschnappt. Wer zuletzt da ist, bezahlt unsere nächste Mahlzeit. Diese Charaktere müssen wir uns halt mit mir auch merken. Deswegen nehme ich das auch auf. Weil in den wilden Stämmen könnten sie wieder vorkommen, wenn die wilden Stämme-Quests kommen, ne? Da führt nämlich doch auch zwei Charakter-Quests zueinander. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt die letzte von hier ist. Wenn es wirklich drei sind. Also Quests mit solchen Bildchen dran, die nehme ich natürlich auf. Seid ihr von dem Auftakt zurück? Na nur, wo hast du denn Ogul gelassen? Mein ganzes Geld ist weg. Alles geklaut. So ein fieser Dieb hat mich angerempelt und isst mit meinem Münzbeutel über alle Berge. Was soll ich denn jetzt machen? Er hat nicht einmal ein paar Gel fürs Essen übrig gelassen. Mano, dabei habe ich so einen Hunger. Ach herrje, das tut mir leid, Liebes. Mach dir um die Unterkunft und Verpflegung keine Sorge. Ihr könnt heute bei mir unterkommen. Das habt ihr euch nach Titana-Arbeit verdient. Wirklich kann keiner? Nun sieh einer an. Traut sich da jemand mir endlich in die Augen zu sehen? Du scheinst dich ein klein wenig an die Akasodara gewünscht zu haben, hm? Das ist doch nur, weil ich vor lauter Tränen kaum gucken kann. Aber ich gebe zu, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie vorher, vor einem Matanga zu stehen. Wie schön, das freut mich. Du wirst schon nicht hungern müssen. Ich leihe dir, was du brauchst, bis du wieder etwas Geld zusammen hast. Oh, danke, das ist sehr nett. Zufälligerweise habe ich zu Hause gekocht, während wir jagen waren. Er ist genug für alle da. Natürlich auch für dich, Murasaki. Komm mit, ich zeige euch mein Heim. Ich werde jetzt erstmal was trinken. Ich werde jetzt noch was fliege mir noch. Lass den armen Kerl auf seinen Sack. Solltest du Ghul finden, treffen wir uns später am üblichen Wort. Der Flix, er ist verschwunden. Der Dieb war ein junger Höran. Da bin ich mir sicher. Und ich könnte schwören, dass er derselbe ist, der mir mein Gild abgenommen hat. Das wäre ja nicht so tragisch, wenn es nur um mein Geld ginge. Aber welcher Rübel beklaut denn jemanden so großzügig wie Kankana? Dem ziehe ich die Ohren, solange er zum Viera wird. Das ist gut. Murasaki, wir dürfen diesen Langfinger nicht davon kommen lassen. Großmutter hat mir beigebracht, mich bei netten Leuten immer erkenntlich zu zeigen. Kankana, ihr Eigentum zurückzuholen, ist das Mindeste, was wir tun können. Danke, auf dich kann man sich verlassen. Leider habe ich nicht gesehen, in welche Richtung der Junge geflohen ist. Am besten fragen wir die Dorfbewohner, ob sie etwas Verdächtiges bemerkt haben. Ich schlage vor, wir suchen getrennt nach Hinweisen. Wenn du was herausgefunden hast, treffen wir uns wieder bei Kankana. Ich habe so einen Verdacht. Wie mit dem Sack oder so, aber... Das hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Mir selbst ist nicht abhandengekommen, aber die Händler munkeln von einem kleinen Hüreran, der ihnen die hart verdienten Geld unter der Nase wegstibbelt. Falls er wirklich noch ein Kind sein sollte, tut er mir irgendwie leid. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in diesem Alter Leute bestiehlt, weil man Spaß daran hat. Sicher hat das arme Ding einfach nur Hunger. Schon wieder ein Einbruch? Nicht zu fassen, dass der Knabe immer noch auf freiem Fuß ist. Bei uns ist er auch eingestiegen und hat sich die Hälfte unserer Ersparnisse unter den Nagel gerissen. Stell dir vor, dem Weg durchs Fenster rief er mir noch ein Es tut mir leid, entgegen. Bestimmt hat er es nicht leicht, aber wer hat das zur Zeit schon? Denn es ist ein Einbruch. Das ist ein Einbruch. Denn es ist ein Einbruch. Das ist ein Einbruch. Wir sind ein Einbruch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ging aber schnell und geschickt. Du hast die Verfolgung des Diebs aufgenommen. Achte darauf, den richtigen Abstand einzuhalten soll, dass die Ziel deiner Anwesenheit bemerkenschlägt. Die Mission fehlt. Uuuuh, so eine Mission. Wenn die Verfolgung fehlgeschlagen ist, kannst du sie von diesem Ort aus erneut beginnen. Uuuuh, cool. Das ist ja mal geil. Das ist ja mal geil. Das ist mega cool. Also, die lassen sich auch neue Mechaniken einfallen. Warte mal, was ist hier los? Du hast den kleinen Langfinger und seinen Anführer, den dubiosen Akasodora, gefunden. Das ist ja mal mega geil. Kann ich bitte noch mehr solcher Missionen haben? In der Hauptstory bitte auch. Jetzt kommen sie mit solchen Tricks, Spielchen und so, ne? Die lassen sich immer wieder neue Sachen einfallen. Wer hat denn da wieder ein hübsches Sümmchen Gil herangeschafft? Ich sag's doch, Rakashir. Du bist wie für diese Arbeit geboren. Her mit dem Rest. Dein Anteil rechne ich später aus. Ha. Wer? Ja. Ja. Dir ist einer gefolgt, du nutzloser Demlack. Hast du das Mädel absichtlich angeschleppt, ja? Willst du mich auffliegen lassen? Und scherst dich wohl nicht mehr um deine Familie, ja? So nicht, Freundchen. Du kommst mit mir. Abmarsch! Ich soll die jetzt Ugul... Ich soll die in Uguls Richtung schicken? Wie das? Einfach nur hinterher? Einfach nur der Questmarkierung folgen. Okay. Ich dachte, ich müsste die jetzt in irgendeine Richtung lotsen. Ha! Dem hast du's aber gegeben, Ugul. Puh! Das wäre geschafft. Tut mir leid, Murasaki. So war das nicht geplant. Aber ich musste diesem Scheusal die Lichter auspusten, ehe er dem Jungen etwas antun konnte. Lichter auspusten? Du hast ihn doch nicht getötet, oder? Hm. Es kann wohl nicht jeder einen Großmutter haben, die einem beibringt, dass man die Schwachen nicht ausnutzen, sondern sie stützen soll. Hoffentlich lernt er seine Lektion, wenn er seine Zelle beim Himmelsherr bezogen hat. Denn da liefern wir ihn gleich ab. Das ist alles meine Schuld. Erst habe ich dich beklaut und jetzt hat er dir auch noch weh getan. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Schon in Ordnung, Kleiner. Solange du erkennst, dass du Unrecht getan hast und das auch genauso dem Himmelsherr vorträgst, macht denn niemand einen Vorwurf. Das werde ich. Versprochen. Murasaki, bitte geh zurück zu Kankana. Sie macht sich bestimmt schon Sorgen. Nakashir und ich schaffen diesen Gauna zum Himmelsherr. Und wir klären ihm alles. Das ist cool, dass man auch solche Missionen bekommt. Das ist wenigstens auch super durchdacht gewesen. Also da konnte ich mich auch wirklich... Ich durfte halt nur nicht zu nah. Ich hätte auch weiter weg stehen können und da... Eigentlich ein... Da sieht er nein, aber... Solange ich nicht in seinem Blickfeld bin. Oh gut, Liebes, wir haben dich schon erwartet. Hat der Schuldige sein Geständnis abgelegt? Oh ja, das hat er. Scheinbar hat er jede Menge Liebesgut in verschiedene Verstecke untergebracht. Das Himmelsherr wird die gestohlenen Sachen einsammeln und sie ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Hoffentlich können alle Verstecke ausfindig gemacht werden. Unter den Sachen, die man mir geklaut hat, befand sich nämlich auch ein sehr wichtiges Erinnerungsstück. Der Junge wird noch eine Weile verhört. Er meinte, seine Eltern hätten vor kurzem ihre Arbeit verloren und dass er sie aus eigener Kraft unterstützen wollte. Das hat mir so leid getan, dass ich ihm mein ganzes Geld überlassen habe, samt der Belohnung vom Himmelsherr. Ich konnte nicht anders. Er kann doch nichts dafür. Kindern bringt man Güte und nur Güte bei. Hat Großmutter mir immer zu Vater gesagt, wenn er wütend auf mich war. Lieber opfere ich mein Erspartes, als dass der Kleine sich morgen wieder von aller Welt in Stich gelassen fühlt. Wie sagt man, besser Abenteuer ohne Gil als als Gil ohne Abenteuer oder so ähnlich. Ich komme schon über die Runden. Jetzt, wo ich mich ein bisschen an die Akka Sodara gewöhnt habe, kann ich endlich die Insel erkunden gehen. Das war schließlich mein Plan, bevor ich dich um Hilfe bitten musste. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich Jetly-Mutt wahrscheinlich schwimmen verlassen. Aber jetzt habe ich keinen Grund mehr, mich zu fürchten. Danke, dass du mich aufgegabelt hast, Murasaki. Wo wir gerade von Gabeln sprechen, Kankana. Hast du vielleicht einen Auftrag übrig, mit dem ich mir meine nächste Mahlzeit verdienen kann? Oho, zufällig habe ich genau die richtige Aufgabe für eine mutige Abenteuerin wie dich. Komm ruhig mit. Ich stelle dich dem Auftraggeber persönlich vor. Bis bald, Murasaki. Okay, das heißt, es war es dann auch. Wir sehen sie aber wieder. Murasaki, das hier ist dein Anteil. Zumindest den habe ich aufbewahrt. Wenn wir uns wiedersehen, erzählen wir uns, was wir alles erlebt haben, ja? Mach's gut. Oh, das wird eine Menge sein, ne? Kein neuer Auftrag hier. Sind das immer so vier Aufträge? Ja, das wird eine Menge, die wir sehen. Oh, das wird nicht verhalten, was wir wollen. So. So. So.